Die Spannung steigt ins Unermessliche, könnte man fast sagen beim DAX. Er will es einfach noch nicht so richtig angehen, die Aufwärtsseite. Und wir hatten es gestern mal angedeutet, was ich nicht so gerne mag, sind Überschneidungen, denn die sind kein perfektes Zeichen und wir haben hier nun Überschneidungen. Und dadurch, dass es jetzt nun viele Kerzen sind, also nicht nur mal einmal so aus Versehen sind wir da reingetappt, sondern mal ein bisschen tiefer, ist das schon mal ein deutliches Zeichen. So richtig glücklich sind wir mit der aktuellen Situation noch nicht. Wichtig dazu vielleicht nochmal im Hinterkopf zu haben, nicht nur, dass wir heute ja schon Daten hatten, Spanne, die will ich jetzt mit euch nicht nochmal durchkauen, die habt ihr längst gesehen. Es ist heute Abend auch nochmal interessant, wie es von der FOMC, das ist der Offenmarktausschuss der FED sozusagen, was es da zu hören gibt. Zinsen werden da jetzt nicht geändert erwartet, im Gegenteil, das ist also nicht das Thema. Interessant wird das Statement sein und natürlich dann, was wir in der Pressekonferenz dann etwas später dann auch noch erfahren können. Also das ist der Zündstoff, von dem die Märkte träumen, in Anführungsstrichen. Da ist eine Menge Power da, was in die eine oder in die andere Richtung losgehen kann. Das wissen wir im Vorhinein nicht, das sagt auch die Chart-Technik ja nicht. Das wäre ja noch schöner, wenn wir jetzt an den Charts ablesen könnten, was er uns nachher erzählt. Das ist natürlich grobe Unfug. Aber was wir sagen können ist, dass der Markt, und jetzt gehen wir wieder zurück auf den Chart, also wir merken uns heute Abend mal so 20 Uhr, nicht ganz uninteressant das Ganze, was der Chart im Moment macht. Zeigt er im Moment Druck nach oben, zeigt er Druck nach unten oder zeigt er ein tendenziell positives Bild? Warum? Weil wir sind auf dem Weg nach oben stärker unterwegs als diese wackeligen ABC-Kisten in die Richtung. Also hat er durchaus den Willen, nach oben zu gehen. Super. Er zeigt aber gleichzeitig, dass er sehr im Moment eingeschränkt nur willig ist, das Ganze auch in bare Münze umwandeln zu lassen. Denn die Bewegung ist mit diesen Überschneidungen nicht reinrassig jetzt ein Impuls, sondern da kann man sagen, das ist nicht klar entschieden. Wir haben weiterhin die Sorge und die Gefahr, dass es nach unten geht. Also, das ist ja super. Dann wissen wir also jetzt genauso viel, wie wenn wir uns gar nicht drum gekümmert hätten. Naja, nicht ganz. Was wir wissen ist, dass wenn der Kurs jetzt als nächstes eine Bewegung hat, die in die Richtung nach unten geht, unter dieses Tief, unter dieses Tief jetzt hier, dann haben wir eine zumindest mal ganz grobe Einschätzung, dass das dabei nicht bleibt, sondern dass es dann weitergeht. Das werden wir beim DAX natürlich nachbörslich dann nicht erleben oder beziehungsweise beim DAX, also beim Future sozusagen und den Pendants, das ist jetzt hier der Index, da drauf, das würde zumindest dann diese Marke, die wir hier angesprochen haben, bei 14.300 in etwa, vielleicht auch nur bis 14.500, ohne weiteres nochmal attraktiv machen. Das heißt, ob dieses Szenario jetzt passiert oder dieses, wissen wir nicht. Wenn der Kurs aber hier durchgeht, wenn der Kurs sich weiter aus dieser Überlappungszone nach unten entfernt, also in diese Richtung geht, reden wir nicht über Punkt, über Punkt, über Punkt, sondern dann reden wir sehr schnell auch über Ziele, die in dieser Richtung hier unten erst liegen und anschließend vielleicht dann die Option noch haben, nach oben zu gehen. Also das Wissen, welche Variante wir kriegen, wissen wir nicht. Wir können aber ungefähr abschätzen, was ein typisches Ausmaß sein wird, wenn das eine oder das andere passiert. Und das ist das, was wir als Händler eben gerne nutzen. Beim DAX ist es heute nicht mehr live sozusagen mitzuerleben, zumindest mal nicht beim richtigen DAX, also sprich bei den Aktienmärkten per se, sondern nur noch beim Future. Aber wir sehen natürlich beim amerikanischen Markt, der um 20 Uhr natürlich noch topfit ist, ganz klar, welche Bewegungen sich da direkt anschließen. Der Dow Jones aktuell in einer Korrekturbewegung, wissen wir noch nicht, aber zumindest mal in Richtung der Korrekturzone. Wir denken dran, Korrekturbewegung ist klassischerweise dreiwellig oder von mir aus auch mehrwellig, also irgendwie mit vielen Überschneidungen. Aber im Moment haben wir nur eine Bewegung nach unten. Das heißt, wenn er es richtig schön machen will, dann sollte er es möglichst so in dieser Richtung aussehen lassen. Dann hat man da ein bisschen besser eine Situation daraus. Das werden wir sehen. Ich gehe eher davon aus, dass es so mustergültig heute nicht ablaufen wird. Warum? Weil klassischerweise so gegen 20 Uhr wahrscheinlich hier das eine oder andere 20 Uhr, 20 Uhr, 30 Uhr zur Pressekonferenz, denn ebenfalls hier so ein bisschen spiky-mäßig unterwegs ist. Der Markt mal schnell in die eine Richtung, mal in die andere. Je nachdem, hat er das wirklich gesagt? Nee, doch nicht, hat er nicht gesagt. Oder doch, hat er doch gesagt jetzt. Also, dementsprechend ein bisschen mehr Hektik eben zeigt. Damit müssen wir rechnen um diese Uhrzeiten. Wenn euch das zu hibbelig ist, wenn ihr sagt, dann kann ich das nicht richtig stoppen, dann lasst es mit den kurzfristigeren Positionen. Die längerfristigen, ja gut, irgendwas ist immer. Dann kannst du gar nicht mehr handeln. Aber wer jetzt zum Beispiel sagt, ich handel auch gerne mal Intraday, 15-Minuten-Chart, 5-Minuten-Chart, ihr müsst damit rechnen, dass es da heftige Bewegungen gibt und dass ihr im blöden Fall nicht dort ausgestoppt wird, wo ihr das gerne wolltet, weil der Markt einfach zu schnell reagiert und dementsprechend der Stopp nicht da liegt oder ihr den nicht da bekommt, sagen wir mal so, wo ihr ihn gerne hättet, sondern die Ausführung dann eben ein bisschen zum Nachteil ist. Das hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, was ihr für Kontrakte wählt, was ihr da euch aussucht. Aber das so für den Hinterkopf, dass das heute Abend 20 Uhr und 20.30 Uhr nochmal recht spannend wird. Dann haben wir natürlich nicht nur den Dow Jones, wir haben auch den S&P, der ist ähnlich stark nach unten gegangen, fast schon stärker. Wünschen würde ich mir jetzt eigentlich irgendwie sowas, dann hätten wir sowas, dann kriegen wir vielleicht nochmal eine Abwärtsbewegung und dann hätten wir wiederum eine Aufwärtsbewegung, hätten dann die Möglichkeit, darüber dann die Long-Position einzugehen, wenn er dann hier darüber triggert. Das finde ich eigentlich klasse. Also das wäre mir mit Abstand am liebsten, wenn das Bild in irgendeiner Form so aussieht, denn das ist wieder das Klassische, das normale Verhaltensmuster, was der Markt macht. Das bringt er leider nicht immer, aber wenn er es macht, dann kann man es eben am leichtesten handeln. Wenn er das nicht so deutlich macht, dann halt eher nicht. Wie sieht es denn aktuell aus jetzt hier am Nachmittag? Immerhin kann man sagen, dass diese Abwärtsbewegung, die wir hier haben, jetzt so richtig viel Schwung noch nicht hat. Wobei der Ausbruch jetzt nach unten raus zumindest mal die Fragestellung offen lässt, was das Ganze jetzt bedeutet. Ich gehe mal davon aus, dass wir im Laufe des Nachmittags eher einen relativ ruhigen Handel bekommen. Das ist nur eine Annahme jetzt. Warum? Weil vor der Fettentscheidung wahrscheinlich sich keiner mehr so richtig aus dem Fenster lehnen wird und dann zur Fettverlautbarung dann auf einmal Schwung aufkommt und in welche Richtung das geht, werden wir sehen. Und wenn das Muster dann korrektiv ist, nach einer starken Bewegung, ja dann in diese starke Bewegung weiter handeln, das klingt eigentlich immer relativ clever und ist häufig zielführend. Leider nicht immer, aber zumindest mal häufiger. Wir haben den Dow Jones und den S&P relativ ähnlich, was das angeht, wobei der S&P etwas tiefer runtergegangen ist. Noch deutlicher ist es beim Nasdaq gewesen. Also diese Korrektur, das war ja beim Dow recht harmlos, was wir hier hatten. Das ist hier jetzt allerdings relativ deutlich. Insofern müssen wir hier sogar noch damit rechnen, dass wir im Prinzip sozusagen dieses Muster hier auch nochmal kriegen, was im Übergeordneten übrigens überhaupt gar kein Drama wäre. Also wer da jetzt das scheut und sagt, oh Gott, oh Gott, wie schlimm. Nein, das ist überhaupt nicht schlimm, wenn das passiert. Übrigens, wer nochmal ins Detail gehen will, bisher hatten wir hier dann ein eher dreiwilliges Verhaltensmuster. Vielleicht blüht uns das hier jetzt auch, dass der Markt hier hochkommt. Und damit wären wir wieder relativ ähnlich wie DAX, Dow, DAX nicht so sehr vielleicht, aber Dow und S&P. Also, dass wir hier nochmal so ein bisschen die Aufwärtsbewegung erwarten, dass wir hier so ein bisschen die Aufwärtsbewegung erwarten, dass wir hier so ein bisschen die Aufwärtsbewegung erwarten, bevor es dann da nochmal runter geht. Das scheint mir recht realistisch. Also, warten wir es mal ab, was der heutige Tag jetzt bringt. Rechnet, wie gesagt, mit einer hohen Volatilität heute um 20 Uhr und nochmal um 20.30 Uhr. Im Anschluss, das ist so meine Idee, was ich immer gerne mache, dann lieber das Ganze erstmal ruhen lassen und dann im Anschluss danach dann wieder handeln, auf den kleineren Zeitebenen. Die größeren, ja, da muss man das notfalls eben in Kauf nehmen. Dafür macht man das ja mit den Stops, dass das nicht ganz so dramatisch wird. Aber bei den kleineren muss man eben damit rechnen, dass das ein bisschen heftiger wird und dementsprechend die Ausführung nicht da ist, wo man sich das vorstellt. So, in diesem Sinne wünsche ich euch für heute jetzt erstmal alles Gute. Ganz liebe Grüße, bis zum nächsten Beitrag. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.